Was läuft da wirklich zwischen Loredana und Suna? Auch wenn beide Rapstars sich nicht zu Wort gemeldet haben, verdichten sich die Beweise und Indizien immer mehr. Denn angefangen hat alles mit einem mysteriösen Foto von Loredana. Auf diesem Foto hält sie die Hand. Von Suna etwa? Im Flugzeug? Es haben sich inzwischen mehrere Videos verbreitet. Es scheint schon fast klar zu sein, dass da was läuft. Was genau, werden sie sicherlich bald bekannt geben. Nun posten beide Rapper wieder Fotos, die sie gemeinsam zeigen. Die beiden sind also unterwegs. Denn sie postet ein Foto, wo man die Hose von einem Mann sieht. Schaut man bei Suna vorbei, erkennt man, dass er genau dieselbe Hose anhat. Das Besondere daran, es wurde alles zur gleichen Zeit gepostet. Sind die beiden also gemeinsam in der Schweiz unterwegs? Wir warten auf eine Bestätigung. Denkt ihr, dass die beiden zusammen sind? Und was sagt ihr dazu? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Wenn ihr die Ersten sein wollt, die von den Neuigkeiten erfahren, dann abonniert doch einfach Check the Celeb und aktiviert das Glöckchen oben. Wir hören uns wie immer im nächsten Video. Ich freue mich auf euch.